Ja, hallo. Ja, erstmal hallo Jen. Ist ja cool, dass du ein Video gepostet hast. Jetzt will ich mich auch mal zu Wort melden. Scheint ja jetzt doch langsam anzufangen. Laura wollte ja schon die Plinte ins Korn werken. Ja, also ich wollte mir auch mal vorstellen, ich bin die Tine, die Freundin von Laura. Also, wer hier irgendjemand meine Freundin anmacht, der kriegt es mit mir zu tun. Und das ist kein Scherz. Ja, also ich bin die Tine. Ich komme aus Berlin. Vielleicht hört man es, vielleicht sieht man es. Keine Ahnung. Ja, lebe hier eigentlich auch schon mein Leben lang. Zumindest Rand Berlin, Umgebung und jetzt wieder richtig in der Stadt. Und ja, hier ist ja auf jeden Fall szenemäßig richtig viel los. Kann man bestimmt mal richtig viel darüber berichten, was hier so abgeht. Also gerade mit Laura, wenn sie hier ist, gehen wir natürlich viel feiern in den ausgewählten Clubs. Naja, aber dazu wollte ich gar nichts sagen erst mal. Und zwar wollte ich zu Jens Video eine Antwort sagen. Also erst mal das mit der Brustgeschichte oder der Hähnchengeschichte ist natürlich total witzig. Und mir fällt dazu auch noch was ein. Und zwar habe ich mal gehört, gelesen, dass die Antibabypille verursachen soll, dass die Menschheit vielleicht irgendwann ausstirbt, weil durch diese ganzen Hormone, die kommen ja, die werden ja irgendwie wieder ausgeschieden. Oder dieses ganze Zeug, was da drin ist, und geht sozusagen wieder in diesen Kreislauf zurück. Ins Abwasser, irgendwann dann wieder ins Trinkwasser. Sprich, die Männerwelt trinkt das dann natürlich auch oder hat es irgendwie in den Lebensmitteln und so drin. Tiere und alles mögliche. Und daher entsteht sowas wahrscheinlich auch, dass viele, keine Ahnung, vielleicht auch Spiele nesbisch. Ja, ich weiß nicht, ob es so klar ist, unbedingt. Aber könnte eine Theorie sein. Also die haben schon festgestellt, dass viele Fische dadurch schon impotent geworden sind und daher keine Nachkommen mehr zeugen können. Was vielleicht ja auch mal zu diskutieren wäre, wo führt denn das Ganze vielleicht hin, wenn das jetzt so ein... Also ich habe langsam das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen fast so ein Hype ist, geworden ist. Jetzt kommen wir, outen uns jetzt alle als schwul und als lesbisch und als queer und alles ist toll, alles ist schick. Alle machen wir aus schicke Haare und ziehen volle Klamotten an. Und beschäftigen uns nur noch mit, ja, unserem eigenen Geschlecht. Weiß nicht, wo das so hinführt. Vielleicht überspitze ich das auch gerade, aber ich wollte mal wissen, was ihr dazu denkt. Ja, ansonsten, ja, finde ich es cool, dass das jetzt anscheinend so ein bisschen anfängt. Und freut mich natürlich umso mehr für Laura, die ja eben, wie gesagt, wirklich schon, ja, so das Ganze schon fast beenden wollte. Was jetzt anscheinend hoffentlich nicht der Fall sein wird.